Okay, hier ist nichts weiter. Was haben wir hier? Oh, noch ein Hotelzimmer. Urlaub in Pittsburgh. In der heutigen Zeit eher unratsam. Achso, hier waren wir schon. Unsere Spuren sind nicht zu übersehen. Jetzt muss ich mal kurz eine Übersicht hier halten lassen. Okay. Von da kam ich richtig her. Alles klar. Dann war ich hier drin. Nein, hier war ich nicht drin. Oder doch, hier war ich drin, natürlich. Nein, hier war ich nicht drin. War ich nicht. Sieht nur so aus. Seht ihr? Alles noch versteckt hier. Voll. Aber jetzt kann ich hier wieder raus. Achso, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt macht das Sinn hier. Ja, sorry. Wir müssen wieder rein. Da muss man nicht mehr hinterher. Genau, hier waren wir vorher drin. Alles klar. Dann sind wir jetzt an diesem Ende. Und hier war ich aber jetzt schon, ne? Ja, genau. Die Übersicht leidet etwas, leider. Leider leidet die Übersicht etwas. Okay. Das ist die Ecke. Dann kann ich aber jetzt noch das obere Stock weg, ne? Genau, hier habe ich gewütet. Alles klar. Dann war da noch eine Treppe irgendwo. Das war hier eine Treppe zu stehen irgendwo. Ah, hier. Hier ist sie. Schauen wir uns noch mal im obersten Stock weg um. Bevor es rausgeht. Okay. Da hinten sind die. Die sind noch weit weg. Die sind aber ja noch weit weg. Oh, fuck. Soll ich doch erst mal unten raus? Ich glaube, ich gehe erst mal unten raus. Schauen wir, was draußen abgeht. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu viel Lust da oben. Jetzt noch mal die Frage, wo ging es raus? Scheiße. Wo ging es hier denn raus? War das nicht hier? Oh, fuck. Ich habe mich verlaufen, Ellie. Wie sieht es bei dir aus? Ging es hier raus? Da war die Matratze. Und hier ging es raus. Ja, ah, 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 ah. Ah, okay. Dann komme ich hier noch weiter. Ah, eine Terrasse. Gemütlich habe ich das hier. Wollen wir mal die Gemütlichkeit hier etwas stören? Ah, Energie. Nicht, dass die gleich aus dem Fenster hier schießen. Ja, ja. Benutze das Treppenhaus. Ja, ja. Mach dich locker, Spiel. Mach dich locker. So, hallo. Ist hier wer? Nein. Niemand. Das kommt mir zugute. Schieb mal die Schiebungen hier auf. Boah, alles voll mit Matratzen hier. Wahnsinn. So. Ach, komm, hier geht es auch hoch. Krass. Hui. Wow. Das war jetzt aber Glück. Wusste ich nicht, dass es hier auch hoch geht. Oh, shit. Mein Gott. Boah, was ist denn das für ein Wahnsinn hier? Lass mich mal kurz umschauen. Da flucht schon wieder irgendjemand. Ich bin schon wieder mit allem voll. Ja, Wahnsinn. Wie viele Sachen wir einsammeln können und bauen können auch immer. Krass. Haben wir das? Nur Pillen ist schwach. Blüm, blüm. Dann komm, mach mal noch so einen Molotow-Cocktail. So ein Messer geht nicht mehr. Mach mal eben noch so eine Rauchbombe. Passt schon. Und dann kann ich hier auch wieder einsammeln. Sie haben ein Trophäe verdient. Voll ausgerustet. Shit, shit, shit. Von wo kommt der? Oh, der kommt von da. Oh, Glück gehabt, ey. Shit. Das, die die nicht gehört haben. Okay, ich wusste jetzt gar nicht, dass die hier so hinterher sind, die Jungs. Mal vorsichtig genießen hier. Ich logge die jetzt hier her. Ich tue's. Kommt der? Nee, der kommt nicht. Voll gefailt. Das ist natürlich Gift. Was haben wir hier? Tyler. Mitnehmen. Sack das ein. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er doch. Er kommt doch nicht. Boah, zum Kotzen immer wieder. Haben wir noch was zum Werfen? Nein, jetzt gerade nichts. Toll. Toll, toll, toll. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Naja, komm, jetzt lock ich sie her. Jetzt lock ich sie her. Aber Ellie, was machst du denn jetzt? Das ist natürlich ungeil. Ganz schlechte Idee. Oh, shit. Okay, okay, weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Ellie, komm her. Mein Gott. Du musst hier weg. Verdammt, scheiße, nochmal. Egal. Er ist ein Flaschenhals. Hier müssen sie her. Ah, shit. Geht der jetzt wieder, oder was? Jetzt geht der wieder. Verdammter Penner, komm her. Ich hätte ihn hier reinlocken sollen. Verdammter Mist. Oh, Ellie, ganz schlechte Idee. Rennt die da ins offene Gemenge. Machen wir das jetzt mal so. Hallo. Die geht gleich hoch. Geil. Wenn die in die Nähe kommen, geht sie hoch. Jawohl. Oh, scheiße, da lebt er noch. Fuck it. Kommt noch einer hinterher. Noch einer hinterher, ja. Geil. Der ist hinüber. Einer habe ich noch. Wo sind denn hier die nächsten Gegner? Da steht direkt einer. Da steht direkt einer. Komm schon. Jawohl. Wuhu. Schönes Spielzeug. Ich liebe diese Granaten. Bill, Bill, Bill. Du hast es einfach drauf. Ah, da sind wieder zwei. Ich will überhaupt nicht auf, diese lauten Geräusche. Jetzt könnten wir mal eine Rauchgranate schmeißen, vielleicht. Nur so zum Abchecken. Oh, hallo. Oder auch nicht. Oh, shit. Oh, verdammt. Oh, shit. Oh, scheiße. Oh, nein. Was geht jetzt ab? Nein. Scheiße. Vorsicht. Hau drauf. Oh, fuck. Wo kommt er her? Ui. Das war es aber jetzt, oder? Scheiße. Heilung, 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 Heilung. Oh, das war knapp. Das war aber scheiße knapp. Hey, fuck you. Ich komme in diesem Kampfsituation. Oh, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt habe ich eine Idee. Was war das? Oh, shit. Geil. Das hat er dort durch den Armschuss getötet. Cool. Mit Fall und Bogen. So, haben wir jetzt noch ein paar Gegner hier. Die hier schön tomahawken. Oh, da ist noch einer. Da ist tatsächlich noch einer. Aber wo ist der denn? Hinter der Tür. Hä? Wo ist der denn, bitte? Der ist da unten. Er lief. Vorsicht. Da ist er. Schaut's euch an. Pfeil im Kopf, oder? Da hängt er, glaube ich, irgendwie fest. Jawohl. Oh, scheiße. Er lebt noch. Scheiße. Nein, nein, nein. Fuck you. Fuck you. Boah. Bist du wahnsinnig. Oh, Alter. Wo kam der jetzt bitte her? Oh, schrecklich. Was ist los? Sie haben es sich leicht gemacht, hä? Kann man nicht sagen. Fuck. Für viele war das besser, als auf einen Klicker oder einen Jäger zu warten. Glaub mir. Leicht ist anders. Boah, fuck, ey. Das habe ich gar nicht gesehen, ey. Der kleine Ellie fällt so weit da sofort auf. Boah, wir können es aber auch nicht hier in Ruhe umsehen, ey. Wahnsinn, was hier los ist immer. So ein Backstein. Legt nur Alkohol rum. Der war jetzt krass. Den habe ich noch voll im Pfeil in den Kopf geschossen. Was geht denn ab? Ja, ich muss jetzt hier mal einen kleinen Session-Break machen. Wir werden das ganze Gebäude bis aufs kleinlichste durchsuchen, wenn ich gleich wieder da bin. Oder im nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Mal hier durch. Hier haben wir das altbekannte Pärchen aus der letzten Folge, ne? Oh, schrecklich. Ja, Ellie, das hast du schon mal erzählt. Ich glaube, es wird jetzt wieder davon anfangen. So, die Frage ist jetzt... Ach ja, guck mal hier. Wir haben hier ordentlich gemetzelt das letzte Mal. Und jetzt, äh... Können wir ruhig mal die Reste hier aufsammeln, wenn hier noch irgendwelche rumliegen jedenfalls. Die Frage ist... Wohin nun? Ich weiß leider nicht mehr. Es ist, wie gesagt, schon einige Zeit vergangen seit der letzten Folge. Haben wir hier was zu hören? Nein. Und... Ich kann mich nur schwach erinnern, wo ich hin muss. Ich glaube, hier ging es irgendwo raus. Ach, schau hier. Hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel. War ich hier schon? Ich kann mich jetzt gerade mal nicht erinnern. Ich war auf jeden Fall schon mal irgendwo auf einer Terrasse, aber... War es diese oder war es jene? Oh, schau her. Hui. Miriam State. Da können wir einen Blick in die Ferne erhaschen. Ja, wunderschön. Okay. Hier geht es auch noch mal raus. Oh, hallo. Hier haben wir noch was übersehen. So war ich hier noch gar nicht. Kann das sein? Oh, Teile. Ganz viele Teile. Wahnsinn. Die hätte ich jetzt wirklich liegen lassen. Backsteine. Jetzt lockt es mich doch noch mal hier. Ich muss mich noch mal kurz umschauen. Überall. Über und all. Klopapier kann man auch gebrauchen. Ach, Schublade. Hier, schau her. Schau her. Hey. Hey, hier war eine Schublade. Oder? Hier war doch gerade ein Dreieck. Da, schau her. Also irgendwas stimmt, glaube ich nicht. Da kann... Jetzt hat... Jetzt hat... Komisch. Ich bekomme es nicht immer angezeigt. Sehr strange. Okay, die Badewanne ist sauber. Ellie, keine Angst vor den Badewannen. Wollen wir hier noch irgendwas aufzuschieben? Nein. Koffertelefone. Da wollte jemand ganz schnell den Koffer packen. Oh Gott, was haben wir hier? Schau her. Ein Kühlschrank am Bett. Ist auch eine gute Idee. Das ist echt geil. Kühlschrank am Bett wäre echt nice. Voll... Aber hier war ich doch schon, oder? Nein, hier war ich auch nicht. Strange, strange, strange. Es verwundert mich. Oder liegt es am Neustart des Spiels? Hm, keine Ahnung. Aber hier... Also die Gegend hier, kenne ich. Was ist denn da vorne los? Da brennt ja ein Feuer. Ist das normal? Alter, Alter. Also mir kommt hier gerade etwas alles unbekannt vor. Ist das wirklich schon so lange her? Sehr komisch. Oh Gott, schau mal hier... Also die Treppen habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Also jetzt bist du nicht, aber... Hier bin ich ganz neu. Kannst du sagen, was du willst? Das ist mir alles neu hier. Gepäck, 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 Gepäck. Gepäck. Schönes Gepäck wäre jetzt auch nicht schlecht. Was war was zwischen den Zähnen? Würde Joel bestimmt gut tun. Oh, was war das denn? Da hat es kurz aufgeploppt. So. Das war die Terrasse auf dem... Nee, oder? Ihr habt keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Hilfe. Schau her. Da ist Joel mal eben mit dem Kopf gegen die Lampe gestoßen. Auch schön. Noch mehr Lumpen und Scheren. Damit wir uns Böhmchen basteln können. Okay. Ja, dann stellen wir uns da mal mit. Und werfen ihn dagegen. So. Dann gehen wir doch mal diese Treppe hoch. Helix steht schon bereit. Gehst du vor, ja? Ich hoffe, ich hab hier das Gebäude jetzt wirklich komplett gereinigt. Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Warte, lass mich das aufmachen. Hinweis. Öffne die Aufzugstür und klettere hindurch. Ja. Danke, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Okay, ist wieder der Verbarrikadierer. Das ist natürlich nichts für uns. Oh, hier Explosion. Sehr schön. Lass uns aber kurz reinschauen. Oh, wir können einiges basteln. Genau, machen wir direkt mal die drei Volleher. Und. Oh, cool. Achso, das Ding, ja, genau. Kann ich nicht basteln? Scheiße, was fehlt? Scheer, fähren. Oh, Mist. Da fehlt noch einiges an Sprengstoff. Okay. Dann können wir doch nicht so viel basteln. Komisch, komisch. Okay. Dann, äh, macht sich Joel da jetzt mal dran. Hier das Ding zu öffnen. Oh Gott. Achso, pushen, pushen, pushen. Drück, drück ordentlich. Komm schon. Joel, gib alles. Ja, Mann. Na, näin. Untertitelung des ZDF, 2020